Hallo ich bin der Wari und ich habe von XTU eine neue Kamera zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Die Kamera fragt mich gleich in welcher Sprache. Oh Gott. Speicherkarte formatieren, macht sie gleich als erstes. So 1080p, Ski aus, an, lautstärke hoch, Zeitstempel ist Ski aus. Form hat sie, warum steht da mal Ski davor? Ach hier, Tastenton, Ski aus. Oh ja, dankeschön. Also die Software muss noch mal ein bisschen überarbeitet werden, da schreibe ich den Hersteller auf jeden Fall an. Die Kamera hängen wir jetzt hier hin, lassen die erstmal ihre Arbeit verrichten und dann kann ich mir ja erstmal ein Urteil nennen. So im ersten Moment, naja, das weiße hier, die weißen LEDs, das gefällt mir nicht, aber okay. So, wieder zurück bei der XTU RS12. Die Kamera habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von XTU und die hing jetzt schon eine Woche lang hier. Ich habe mir die Aufnahmen schon angeguckt in 1080p. Die sehen ein kleines bisschen grisselig aus, aber nicht unbedingt schlecht. Der Ton ist ein kleines bisschen dumpf. Ich denke mal, das liegt wieder daran, dass hier die Schutzklasse von IP65 eingehalten worden ist. Da müssen dann alle Löcher, die im Gehäuse vorhanden sind, wasserdicht verschlossen werden und deswegen klingt das Mikrofon dann, naja, nicht so besonders gut. Ich denke mal, das werde ich noch ein bisschen ändern, aber ansonsten ist diese Kamera ein relativ gutes Angebot. Die gibt es gerade für nicht mal 50 Euro und für eine autarke Wildkamera mit Solarpanel integrierten Akku, Speicherkarte wird mitgeliefert und noch eine ganz vernünftige Bildqualität ist diese Kamera für 50 Euro richtig gut. Gehäuse Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde diese Kamera nochmal umstellen auf 2K, das kommt dann aber in einem anderen Video in einer Wildkameraernte, weil die Kamera soll hier relativ lange dann autark weiterarbeiten, ohne dass ich sie störe. Und das seht ihr dann, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Wari. Was habe ich denn da hinten hingegangen? Die See-Humor.